Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt weitere Informationen zu Black Ops 3, und zwar David Wunderhaar, der Game Director von Treyarch, einen sehr interessanten Tweet geschrieben. Wir schauen uns einfach mal an, was er geschrieben hat. Und zwar meinte er, denkt ihr, Mark Lamia, und das ist der Studio-Chef von Treyarch, also sein Boss, wird mich feuern, wenn ich unsere internen Playtests streame und ihr die Maps sehen könnt, die ihr noch nicht gesehen habt und wenn ihr sehen könnt, wie OP die ICR 1 ist. Das heißt, er spricht von einem Stream und er spricht außerdem von einer neuen Waffe. Und wir schauen uns erstmal die Waffe an. Der Name lautet eben ICR 1 und bis jetzt weiß noch keiner ganz genau, was das denn für eine Waffe ist. Die ist nicht im Code aufgetaucht, also der Name ist nicht aufgetaucht. Und von daher könnte das eine der klassifizierten Waffen sein, die noch keinen Namen intern trägt. Das heißt, es könnte die SMG sein, falls wir eben davon ausgehen, dass die MP7 nur Platzhalter war, was ich persönlich auch vermute. Es könnte außerdem eine Shotgun sein oder eine LMG, denn bei diesen ganzen Waffenklassen gibt es eben Waffen, die intern noch keinen Namen hatten. Was genau das jetzt für eine Waffe ist, ist eben noch nicht bekannt. Allerdings anscheinend ist dieses Ding noch etwas zu stark und braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Feintuning. Weiterhin hat David Wonderhaar dann eben außerdem noch von einem Stream gesprochen und ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass er keine internen Playtests streamen würde. Denn das würde wahrscheinlich wirklich dazu führen, dass er gefeuert wird. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht kommen. Es könnte allerdings natürlich so ein kleiner Teaser sein, dass wirklich irgendwie noch ein kleines Stream-Event geplant ist. Und dass wir wirklich irgendwie noch weitere Maps zu Gesicht bekommen von Black Ops 3. Und das würde auch zum Beispiel zu Advanced War verpassen, denn da war es eben auch so, dass zum Multiplayer-Reveal einige Maps gezeigt worden sind. Die konnte man dann eben auch auf den Messen spielen. Und vor Release gab es dann eben so kleine Videos, die hochgeladen worden sind bei IGN damals, glaube ich, wo dann eben weitere Maps gezeigt worden sind. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass da irgendwie so ein Stream-Event geplant ist, dass wir wirklich noch weitere Maps zu sehen bekommen vor dem Release von Black Ops 3. Das ist allerdings natürlich nichts Bestätigtes. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung und so ein Reinlesen in seinen Tweet. Es könnte auch sein, dass da nichts mehr ansteht und dass das zu 100% irgendein Spaß war. Ich dachte, es ist trotzdem vielleicht recht interessant. Denn wenn irgendwer in so einem Text wirklich was versteckt an Informationen, dann denke ich, ist es David Wunderhaar. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Tweet sagt. Was denkt ihr, ist die ICR 1 für eine Waffe? Und denkt ihr, dass vielleicht nochmal so ein kleines Stream-Event startet, wo dann weitere Maps vorgestellt werden oder vielleicht eine Map? Das würde mich interessieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Und ansonsten war es das dann von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt und in Sachen Black Ops 3 auf dem neuesten Stand sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.